Hallo Freunde, wer von euch Probleme hat gegen die Karo-Kann-Verteidigung und speziell da die Karpov-Variante, hier durch Springer D7 gekennzeichnet, für den habe ich heute die Partie von Stuart Conquest gegen Keith Arkel mitgebracht und da werden wir ein, zwei schöne Ideen kennenlernen für Weiß, wie man dagegen spielen kann. Also, auf geht's! Und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstrategien. Schön, dass du dabei bist. Die Karo-Kann-Verteidigung nach E4, C6 und dann D4, D5. Der Springer, ob der jetzt nach C3 oder nach D2 geht, spielt überhaupt keine Rolle. Im Regelfall spielt Schwarz ja hier den Tausch auf E4 und dann schlagen wir mit dem Springer zurück, alles gut. Und ja, hier gibt es natürlich verschiedenste Optionen, Springer F6, Läufer F5 ist auch eine Hauptvariante, aber eben auch dieses Springer D7, die sogenannte Karpov-Variante. Die Hauptidee davon ist, jetzt den anderen Springer nach F6 zu spielen und beim Tausch dann eben mit diesem Springer hier zurückschlagen zu können und den Doppelbauern zu vermeiden. Das ist die Hauptidee und so solide hat Karpov irgendwo in den 70er, 80ern gespielt und deswegen hat sie seinen Namen bekommen. Und wir schauen mal, der Vorteil von Weiß ist natürlich, wir haben hier immer noch mehr Raum-Vorteil, klar. Und deswegen ist Schwarz grundsätzlich an einem Figurentausch, nicht ungelegen, der kommt nicht ungelegen, Springer F6. Aber, und jetzt kommt ja der erste kleine Tipp, den man mitnehmen kann, versucht dann eben entsprechende Figuren nicht zu tauschen. Einfach damit dieser Springer hier auf D7 stehen bleibt und den Läufer C8 weiterhin blockiert, dass der nicht rauskommt. So Schwarzer, gucken wir den Springer wegzieht, wohin auch immer, damit der Läufer vielleicht mal irgendwo hin kann. Schwarzes Problem, nicht unser. Schwarz sagt sich, mache ich einen Gegenschlag im Zentrum. Das macht ja auch völlig Sinn, ist auch völlig in Ordnung. Bevor wir jetzt loslegen und direkt taktische Verwicklung anstreben, ist es durchaus ratsam, zunächst einmal den König in Sicherheit zu bringen. Das macht Stuart hier mit der kurzen Rochade. Ja, es gibt auch Partien, wo man die lange Rochade anstreben kann, aber bei der langen Rochade steht der weiße König dann eben auch oftmals irgendwo in Gefahr, dass die schwarze Dame hier rüberkommt, die Bauern unter Opfer, wie auch immer vorpreschen, ja, Linien öffnen. Hat sehr, sehr viele Gefahren natürlich auch. Deswegen ist die kurze Rochade mindestens mal deutlich sicherer und hat auch immer noch alle Vorteile auf seiner Seite. Der Tausch, okay, und hier der nächste kleine Punkt. Natürlich könnten wir jetzt mit dem Springer schlagen, ist ja jetzt auch kein Fehler. Aber wir können eben auch die Dame ranbringen. Die Dame steht super zentral, kontrolliert hier Zentrumsfelder, zum Beispiel E5. Nach E6 rochieren wir einfach. Alles wunderbar. Und jetzt denkt man sich, Moment, wir ermöglichen es doch jetzt dem Schwarzen hier mit Läufer C5 ein Tempo zu gewinnen und damit ihm bei der Entwicklung zu helfen. Das ist soweit halbwegs richtig, ja. Läufer C5 kam natürlich auch, aber jetzt kommt eben der zweite Punkt, die zweite Idee von dieser Damenentwicklung. Wir wollen natürlich jetzt hier nicht irgendwo zurückziehen, das wäre sehr passiv, sondern wir wollen, weil wir annehmen, dass der Schwarze König hier die Kurz-Rochade machen wird, dann wollen wir auch Richtung Königsflügel gucken und dann ziehen wir nach H4. So, das ist eine Idee. Und jetzt stehen hier schon der Springer in der Nähe vom König. Der Springer steht in der Nähe vom König. Der Läufer kann auch noch schön auf diese Diagonale kommen. Wenn der Läufer erstmal raus ist, dann haben wir mindestens eine offene Linie, die D-Linie für unsere Türme. Die andere Linie kann man ja auch mit dem Turm immer noch besetzen. Also dann sind alle weißen Figuren aber im Spiel. Und ja, mehr kann man ja auch erstmal nicht erwarten und verlangen. Schwarz macht die Rochade und wir investieren dieses Tempo. Ist das jetzt ein Tempoverlust, weil wir den ja erst nach E2 gespielt haben und dann nach D3? Ich denke nicht, denn auf E2 stand der Dame nicht im Wege, sonst wäre die Dame ja auch nicht nach H4 gekommen. Ok, außerdem jetzt hier auf D3 steht der Läufer auch nicht angreifbar. Sprich, der Springer kann nirgendwo hin, um diesen anzugreifen. Von daher steht der Läufer da wunderbar. Läufer E7 ist gut. Versucht eine Verteidigungsidee zu entwickeln, vielleicht mal einen Springer wegzuziehen, aber auch vielleicht mal mit dem Springer nach C5 zu kommen, diesen Läufer anzugreifen. Aber weiß entwickelt einfach jede Figur und hat immer sofort einen klaren Plan dabei. Und bis jetzt hat weiß ja nur sehr einfache, verständliche Züge gemacht, wie ich finde. Die nächste Figur wird entwickelt, damit die Türme hier Platz haben für das Zentrum. Und wir richten uns ja auch so ein bisschen gegen. Also in der Partie kam jetzt G7, G6 um diese Diagonale zu blockieren. Wir schauen uns mal kurz an in einer Variante, was passieren könnte, wenn Schwarz sagt, ich versuche diesen Läufer D3 zu jagen. Nun zunächst einmal schlagen wir auf F6 und jetzt sehen wir, wir haben ein Tempo. Wir bekommen das Tempo auf den H7. Erstmal haben wir jetzt eine Figur geschlagen schon. Die haben wir mehr. Schwarz kann nicht zurückschlagen, weil dann matt auf H7 ist. Und bei Springer D3 folgt eben Läufer E7. Und auch hier sehen wir wieder den Vorteil von Dame und Läufer. Jetzt haben wir wieder eine Figur Vorteil. Wir können im Zweifelsfall entweder den Springer schlagen oder sogar den Turm schlagen. Auf jeden Fall riesiger materieller Vorteil für weiß. Und deswegen geht Springer C5 nicht. Was ist mit H7, H6? Und das wehrt ja immerhin das matt hier auf H7 ab. Aber das kennen wir hoffentlich alle zu genüge. Dieses Eselsohr, diese Angriffsmarke, dieses H7, H6. Jeder halbwegs erfahrene Spieler wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach reinknallen. Einfach um diese Königstellung zu öffnen. Zwei Bauern für die Figur. Okay, das ist materiell nicht ausreichend. Aber wir haben natürlich hier jede Menge Figuren, die in der Nähe von dem Schwarzen König sind. Und der jetzt hier ohne Bauernschutz ist. Und ja, man kann es spielen und man sollte es auch spielen. Also aus schwarzer Sicht sollte man es nicht spielen. Es sieht so aus, als wenn jetzt zum Beispiel Schwarz vielleicht mit Turm E8 und Dame Läufer F8 ihren Verteidiger dazu holen könnte. Problem ist aber, dieser Springer von F6 wird nie wieder ziehen können, weil dann der Punkt H7 ungedeckt ist. Und wenn Schwarz hier versucht, diesen abzutauschen, dann kommt eben der nächste. Und dann wird der Springer von F6 abgelenkt. Wir haben ja dann immer die Idee, mit Dame H7 zu spielen. Und wenn er den jetzt als Beispiel schlägt, dann können wir den hier eben schlagen mit Schach und anschließend mit Dame H7 und Dame F7 Schachmatt geben. Das ist nur mal eine von vielen möglichen Beispielen, was passieren könnte, wenn Schwarz dieses H7 und H6 spielt. Ja, was einfach diese Einladung zu diesem Opfer einfach schon mit sich bringt. Und deswegen kam in der Partie ja auch G7, G6, um diese lange Diagonal des Laufers zu blauen. Nun weiß, sagt sich, ich nehme den nächsten Turm. Der spielt hier noch nicht mit, stellt ihn auf die D-Linie der Dame gegenüber. Da drohen mal Abzüge, wenn der Springer wegzieht. Und Schwarz sagt sich, die schwarzen Felder hier sind natürlich jetzt geschwächt. Keine Frage, sind sie ja auch. Er versucht mit Turm E8, diesen Läufer jetzt hier vielleicht nach G7 als Verteidiger auch beim König mitzuhelfen. Auch auf den schwarzen Feldern mit zu verteidigen. Soweit so normal und verständlich. Und ja, trotzdem ist die Stellung schon reichlich grenzwertig hier. Und zwar schauen wir mal. Weiß hat hier einen sehr, sehr schönen Zug, der auf den ersten Blick sehr, sehr ungewöhnlich aussieht, aber einfach sehr konkret und sehr, sehr nachhaltig ist. Er kann hier Läufer B5 spielen und damit diesen Läufer auf diese Diagonale stellen. Jetzt zieht der Läufer zum dritten Mal, wo man ja auch immer sagt, ziehe nicht so häufig mit der gleichen Figur. Aber die Umstände haben sich ja eben entsprechend auch geändert. Jetzt ist dieser Springer gefesselt, weil der Turm dahinter hängen würde. Wir drohen aber auch vielleicht mal auf G7 zu schlagen. Und diesen F6 damit einmal den Verteidiger zu entfernen. Und ja, Schwarz hat nicht viele Möglichkeiten. Er spielt A7, A6. Sagt sich, komm, du musst das irgendwie auflösen. Diese Dauerfesselung ist ja auch nichts für mich. Und dann kam Läufer schlägt D7. Klar, das war ja die Idee davon. Und Schwarz schlägt hier mit dem Sprenger zurück. Versucht hier weitere Figuren zu tauschen. Immerhin ist der E7 ja noch ausreichend gedeckt. Wir schauen mal ganz kurz, was passiert bei Läufer schlägt D7. Dann folgt natürlich ziemlich einfach Sprenger E5. Und wir sehen, dass diese Fesselung hier schon eine Figur gewinnt. Ziemlich schnell und ziemlich schmerzlos. Zum Beispiel auf Dame C7 entfernen wir den Verteidiger von dem Läufer D7. Und wenn der den schlägt, nach dem Motto hier, wenn du so schlägst, schlage ich da. Aber dann schlage ich eben auf E7. Jetzt habe ich nicht nur eine Figur bereits gewonnen. Eine Figur auf D7 hängt auch noch. Es ist Läufer F6, so dass Schwarz wahrscheinlich gezwungen ist, diese Qualität auch noch zu geben. Und dann habe ich natürlich einen großen, großen Vorteil, den Turmvorteil. Okay, was wäre noch möglich? Er könnte Springer D5 spielen, die D-Linie blockieren. Das sieht sehr, sehr verlockend aus. Aber hier gibt es einen schönen anderen taktischen Schlag. Und der kommt sehr, sehr häufig gerade gegen diese Kettostruktur vor. Nämlich, dass Weiß hier auf F7 schlägt. Erstens wird ein Bauer, also ein Schutz vor dem König, entfernt. Die Hauptidee ist, wenn der König hier schlüge, dann ist der H7 eben auch noch ungedeckt und weg. Und der König hat jetzt nur noch ein Feld. Und zusammen mit dem Läufer setzen wir dann matt. Das wäre die einfache Hauptidee. Was passiert aber, wenn der jetzt hier zurückschlägt? Nun, dann kann der Springer eben schlagen. Jetzt haben wir einen Bauernmäher plus weiteren Angriff. Der H7 hängt, der muss gedeckt werden. Da haben wir E7 zum Beispiel. Ja, wir stellen einfach unsere Figuren hier hin. Der Turm D5. Und dann können wir den Springer auch noch vertreiben. Das Feld F6. Die Gabel droht. Es droht Turmschlägt D7 mit anschließender Gabel. Und ja, hier ist nicht mehr viel zu holen für Schwarz. Die Stellung ist einfach neben dem Materialvorteil auch noch eine sehr, sehr schöne Angriffsstellung für Weiß. Wenn Schwarz hier zum Beispiel Turm F8 spielen würde, um den zu spielen, könnten wir als Beispiel auch noch den hier spielen. Was den hier doppelt angreift, den B7 angreift, den E6 angreift. Und das kann Schwarz ja gar nicht mehr alles gleichzeitig verteidigen. Das wäre schon das Minimum, das wir hier erreichen können. Und deswegen kam in der Partie Springer desin. Okay, wie geht es jetzt weiter? Der Läufer ist aus weißer Sicht gedeckt. Aber Schwarz deckt seinen Läufer auch. Und wir wissen ja, der Meister lässt tauschen. Er schlägt nicht selber, sondern überlegt, welche Figur kann ich jetzt noch in den Angriff hineinführen. Und dann fiel dem Steward diese Figur auf Springer, dieser G3 Springer auf, dass er ihn nach E4 stellt. Die Idee ist ja, die Felder D6 und F6 sind ja geradezu verlockend bei dieser Konstellation hier. Und nebenbei droht natürlich auch vielleicht mal hier so ein Qualitätsopfer auf D7, was den Springer das Schach ermöglicht. Und wenn der Läufer sich opfern muss, kommt dieser Läufer hier auf F6 als Killerläufer. Den kennen wir von Pia, Pia-Kramlings-Partien. Da wissen wir, wie gefährlich der ist. Ja, und das ist auch super, super schwierig, quasi gar nicht mehr so richtig abzuwehren. Schwarz versuchte es mit F7, F6. Der F6 ist ja grundsätzlich erstmal einmal, zweimal, dreimal gedeckt. Und dreimal angegriffen, also scheinbar ausreichend gedeckt. Aber, ja, der Zug Neverplay F6 kennen wir ja auch. Der schwächt natürlich den König. Also, zum Beispiel diese Diagonale. Aber auch die siebte Reihe. Der G6 wird etwas, etwas schwächer. Und wir schauen mal. Weiß lässt sich nicht lange binden und, ja, zertrümmert die Verteidigung des Schwarzen, indem er hier auf D7 sofort den Hauptverteidiger entfernt. Wir bekommen ein Tempo auf die Dame. Der wird geschlagen. Und wir schauen mal eben ganz kurz, was passieren könnte, wenn die Dame hier schlagen würde. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir hier unbedingt mit dem Läufer schlagen. Denn wir drohen, oder respektive Schwarz droht eben nicht auf F6 zu schlagen, weil der Springer zurückschlägt mit Gabel auf D7. Und wir drohen jetzt zum Beispiel auch Dame H6, was hier mattrot und der Läufer kann ja immer noch nicht schlagen, ja. Im Zusammenspiel mit Springer G5 und so weiter. Da sind alle weißen Figuren im Angriff drin. Und deswegen kam in unserer Partie Läufer schlägt D7, damit der F6 gedeckt ist. Und hier müssen wir mal gucken. Auch hier erfordert wieder so ein bisschen konkrete Variantenberechnung. Aber Stuart hat den Richtigen gefunden. Und eben in der Variante hat er ja Weiß mit dem Läufer geschlagen. Hier ist aber der Springer der einzigst Richtige. Und wir müssen mal kurz gucken, warum. Weil wenn wir jetzt hier mit dem Läufer schlagen würden, dann käme dieser Läufer nach C6 und jetzt geben wir dem Läufer die Gelegenheit, sich zu tauschen, respektive eine weiße Angriffsfigur zu tauschen. Welche auch immer das sein möge, dann ist das Angriffsmaterial deutlich, deutlich reduziert. Und nach Läufer E7, Turm E7, was dieser Gabel hier aus dem Weg geht. Wir können Schach geben. Problem ist, jetzt können wir auf H7 nicht schlagen, weil der Springer hängt. Und es droht hier auf F3. Das sieht immer noch komisch aus, führt auf keinen Fall zu Mattbildern oder sowas. Und Engine sagt sogar, ist eher ausgeglichen als alles andere. Und daher, hier fehlt ein bisschen die Koordination der Angriffsfiguren. Deswegen, nach Läufer D7, gucken wir, dass Springer F6 der Richtige ist. Und wir schauen mal, jetzt greifen wir den Turm an. Das heißt, Schwarz muss, wenn er die Qualität nicht verlieren will, den Läufer abgeben. Und dieser Läufer, das kennen wir ja auch, wie gesagt, schon mit Piers. Dieser Läufer, der wirkt natürlich hier auf den schwarzen Feldern. Das ist tödlich quasi. Und selbst wenn wir jetzt nicht jeden Zug richtig machen oder treffen, die schwarzen Felder, die können nicht mehr repariert werden, aus schwarzer Sicht. Und wir können jetzt hier mal mit dem Läufer so ein bisschen hin und her ziehen. Vielleicht mal Dame F6 androhen. Tempo auf die Dame noch bekommen. Aber Damentausch wollen wir natürlich nicht. Aber okay, wenn Läufer E5 noch nicht zum Ziel führt, dann können wir ja auch den Springer dazu holen. Die nächste Figur. Und nicht nur, dass der Springer hier aktiv steht, der hat auch noch eine Drohung. Auf Läufer C6. Hier steht der Läufer besser. Keine Frage, die siebte Reihe wird frei gemacht zum Verteidigen. Aber die Idee von Springer E5 wurde gar nicht verhindert. Nämlich welche? Ja, klar. Springer schlecht G6. Die Idee ist, diesen Bauern hier abzulenken, damit die Dame nach H8 kann. Und dann über G7 die Dame mindestens gewinnt. Oder Dame G7 könnte auch sofort schon matt sein, je nachdem. Und ja, da ist einfach mal, einfach mal der nächste Bauer weg. Genau, also hier dieses Schlagen, ist sie einfach sofort matt. Also, oh, jetzt habe ich die Variante vergessen. Na gut, ihr werdet es hoffentlich mir nachsehen. So, jetzt, zack, zack, zack. Jetzt kam eben Läufer D5. So, versucht noch den zu retten. Aber gut, gewinnt aber auch nichts in dem Sinne. Im Gegenteil. Nach Dame G5, es droht ein Abzugschach. Und ja, wenn ich jetzt hier nichts schlagen will, was ich nicht kann, weil ich ja dann wieder hier alles öffne und Dame G6 und dann Dame H6 ermögliche, ja, ist die einzige Möglichkeit die Königsflucht. Aber so richtig weit kommt der natürlich nicht, weil hier das Feld E7 durch den Läufer, ja, und das Feld E8 durch den eigenen Turm geblockt ist, da kommt man nicht so wahnsinnig weit. Läufer E5, Dame D8, greift die Dame wieder an, ja, wird Damentausch, nein, danke. Jetzt droht Dame H7, Dame G7. Jetzt kommt die Dame ins Lager und dann wird der König gejagt und ist quasi nicht mehr zu retten. Spaß versuchte, die Rückgabe der Qualität, aber die interessiert uns erstmal gar nicht. Dame H7, König E8. So, und jetzt können wir halt überlegen, ja, wie geht es weiter? Wir haben ja mindestens schon mal drei Bauern mehr und auch hier wieder der König. Jetzt sehen wir, der König kommt weg, okay. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines Mat-Angriffs deutlich, deutlich reduziert. Und dann gibt es einfach die Merkregel, ja, nicht jeder Mat-Angriff muss zum Mat führen. Es reicht, wenn wir mit Materialgewinnen davon kommen und auch einfach das Endspiel nach Hause fahren. Und genau so hat es dann hier auch in der Partie der Stuart Conquest gemacht. Er hat hier den Turm mitgenommen, hier ein Schach gegeben, um den Turm vielleicht zu erobern. Da muss er so zwischenziehen und dann wird getauscht. Warum hat er jetzt auf F8 getauscht und nicht auf E7? Damit der König nochmal einmal Einzug länger braucht, falls er irgendwann sich aktiv beteiligen will. Ja, und der Rest ist mehr oder weniger Sache der Technik. Die zeige ich euch mal im Schnellverfahren. Im Grunde, wir haben mit Weiß drei Bauern mehr, auch wenn es ungleichfarbige Läufer sind. Die sind ja wirklich nur gefährlich, diese ungleichfarbigen Läufer. Auch so ein Mythos, ja. Dass das immer Remi ist. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die sind nur Remi, wenn im Endspiel Bauern Ketten ineinander verkeilt sind, dass die Läufer die gegnischen Bauern blockieren können. Aber hier zum Beispiel, ja, dieser Randbauer, dieser H-Bauer, das Umwandlungsfeld ist ein schwarzes Feld. Das wird kontrolliert. Und dieser Bauer rennt mehr oder weniger unterstützt von seinem Kollegen hier einfach durch. Wir schauen mal. Das kann nicht so wahnsinnig schwierig sein. Klar, wir decken erstmal den Bauern, aktivieren unseren Turm, aktivieren unseren König, selbstverständlich. Ja, und dann rennen schon die Bauern und den decken wir natürlich auch vorziehen und König geht rein. Merkt ihr die Technik von Stuart Conquest? Er sorgt dafür, dass der König jetzt rechtzeitig hinterherkommt, dass nie, niemals, never ever, mehr als ein Feld zwischen den Bauern und dem König liegen. Weil wenn die Bauern zu schnell zu weit vorziehen, kommt der König vielleicht nicht mehr zum Decken hinterher. Und dann kann Schwarz vielleicht mal irgendwo ein Tempo gewinnen. Wollen wir nicht. Zweite Merkregel ist, wir haben einen schwarzfelderigen Läufer. Über welche Farbe ziehen wir denn die Bauern nach vorne? Über die schwarzen Felder oder über die weißen Felder? Diese Antwort sollte auch hoffentlich bekannt sein, denn wir haben sie schon mehrfach thematisiert. Wir ziehen die Bauern immer auf der entgegensetzten eigenen Läuferfarbe. Also wenn wir haben hier einen schwarzfelderigen Läufer, also ziehen wir die Bauern über die weißen Felder nach vorne. Erstmal König ran, fahren wir zurück, okay. Jetzt H5 droht zum Beispiel König H4 oder den König auf dem Turm dahinter stellen, alles überhaupt kein Problem. Turm auf die D-Linie, jetzt droht Turm D7 mit Abdrängen des Königs und schwarz spielte noch Turm A7, um die 7. Reihe zu schützen, aber wir sehen das Zusammenspiel der weißen Figuren, gepaart mit zum Beispiel Turm D8 Ideen hier mit Mattbehildern, die auch schon kaum noch zu verhindern sind. Und genau, nach Turm A7 hat schwarz hier auch direkt aufgegeben. Also eine sehr, sehr überzeugende andere Spartie von D-World Conquest. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.